So meine Freunde, wir kommen in eine heiße Phase hinein, nämlich die Endphase der Saison. Wir sind am 27. Spieltag, das heißt, ihr kennt das, jetzt geht es wieder los mit den ganzen Planungen, beziehungsweise mit den ganzen Gerüchten. Und gestern, für mich persönlich, für viele von euch wahrscheinlich auch, aber ihr wisst ja, ich bin ja Seevolk-Fan seit Tag 1, für mich natürlich sehr, sehr traurig. Unter anderem geht es hier darum, dass Seevolk uns verlassen wird, warum ich es aber trotzdem nachvollziehen kann hier in diesem Video. Es geht auch noch mal kurz um Enzo Leopold, da hat nämlich die Bild selber jetzt wieder Wind aus den Segeln genommen, so wie ich es schon auch ein bisschen vermutet hatte. Und es geht um ein neues Gerücht. Jetzt ist es wirklich barisch-artig angeblich auf Herthas Liste, wir sprechen mal darüber. Ein bisschen meine Meinung dazu, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Heute ungewöhnlicherweise mal schon um 20 Uhr unser Bundesliga-Talk mit Nico, mir. Zu Gast haben wir Toxi, den BVB-Fan und Felix, den abgehobenen Stuttgart-Fan. Aber die haben ja wenigstens nicht gewonnen am Wochenende, da kann man ihn mal wieder einladen. Ne, freue ich mich sehr drauf, wird bestimmt ein cooler Talk mit vier Leuten. 20 Uhr beginnt es auf KNIFE auf YouTube. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da, wir gehen da auf die 7000 zu. Da wird es auch viel EM-Content etc. geben. Und gibt ja auch so immer sehr viel Bundesliga-Content außerhalb von eben Hertha. Und morgen, sage ich euch nur schon mal, 21 Uhr Stream. Freue ich mich sehr drauf, wir gucken unter anderem das Interview von Fabi Rehse bei Edbrowski, Hertha-Vlogs und so weiter. Da gibt es dann wieder einen richtig schönen Hertha-Stream. Freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid auf Twitch am Mittwoch um 21 Uhr. Okay, lasst uns loslegen mit Seevolk. Da wurde eigentlich gestern mittels eines Artikels vom Berliner Kurier bestätigt, dass man Seevolksvertrag nicht verlängern wird. Das kam für mich jetzt allerdings auch nicht sehr überraschend, weil er ja noch einer derjenigen ist, die diese fetten Bobic-Gehälter einfach beziehen. Auch wenn die jetzt reduziert wurden in der zweiten Liga. Jetzt kommt natürlich die Nachricht genau zu so einem Zeitpunkt, wo man sich denkt, oh ja, der hat so gut gespielt. Der hat so gut gespielt nach seiner Einwechslung. Der hat uns das gegeben, was wir brauchten in diesem Spiel im Zentrum. Nämlich ein bisschen mehr Aggressivität. Bälle zurückerobern etc. Und ausgerechnet nach so einem Spiel kommt dann die Nachricht. Ja, das ist ja meistens häufig so. Da macht es ja dann auch mehr Sinn, sage ich mal, sowas zu veröffentlichen, weil dann einfach der Fokus darauf liegt. Es gab ja auch schon Zeiten, wo er bei uns nicht mehr so die Rolle gespielt hat. Wir gehen erstmal darauf ein, was er gesagt hat. Also ich glaube, der Artikel ist von Wolfgang Heise. Der war wohl beim Training, hatte mit ihm gesprochen. Und er hat auch gesagt, er würde gerne bleiben. Es ist schade, er fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Fühlt sich auch in der Mannschaft sehr, sehr wohl. Dann soll wohl Pal Dardai vorbeigekommen sein und gesagt haben, Deo, sag es, du bist zu teuer. Und dann hat Seevolk eben gesagt, du hast es gehört, ich bin zu teuer. Aber ich hätte mir wirklich vorstellen können, hier zu bleiben. Er sagt dann später eben auch nochmal, also Seevolk, es ist eine Entscheidung von oben aus dem Verein, dass ich gehen muss. Und das kann ich auch verstehen. Hertha baut auf jüngere Spieler zur neuen Saison, kommt ja auch Julian Eitschberger zurück. Der Kurier schreibt auch, dass für ihn auch ein Gehaltsverzicht denkbar gewesen wäre. Jetzt kann man das so interpretieren, wieso, er verzichtet doch auf Geld. Wieso will man dann eben trotzdem nicht mit ihm verlängern? Ich sage mal nur meine Meinung dazu. Und ihr wisst, ich bin der größte Seevolk fan. Natürlich würde ich ihn gerne bei uns behalten, weil ich ihn auch schon zu... Das könnt ihr mir wirklich nicht absprechen. Den mochte ich auch schon zu Zeiten, wo viele ihn verflucht haben. Weil er halt einfach ein Spieler ist, der, das ist wirklich seltenst, der sich nie aufgibt, der immer alles gibt und der, auch wenn er immer wieder mal technische Unzulänglichkeiten hat, die versucht selber wieder auszubügeln. Und egal welchen Spielstand du hast, der bringt die Zweikampfhärte mit rein. Und der geht ja auch wirklich ohne Rücksicht auf Verluste beim Gegner, aber auch bei sich selber in die Zweikämpfe. Der riskiert ja da auch teilweise Kopf und Kragen bei sich selbst. Manchmal muss man ihn etwas zähmen, dass er nicht sich schnell eine gelb-rote Karte abholt, wie damals nach seiner Einwechslung in Leipzig. Aber natürlich ein Spielertyp, den man als Fan nur lieben kann. Die Saison ging ja auch schon super mit ihm los. In diesem unfassbaren Spiel, erinnert ihr euch, gegen Düsseldorf, wo er unsere alleinige Konterabsicherung war und ja sogar mit einer Verletzung noch den ein oder anderen Gegenangriff der Fortuna im Keim erstickt hat. Also es ist wirklich ein Kämpfertyp, Sondergleichen. Er ist einfach auch atypisch für dieses, wie die Spieler heutzutage ausgebildet werden im Nachwuchsleistungszentrum. Er spielt dagegen schon sehr wild mit einem Ball am Fuß und auch gegen den Ball. Aber das kann man einfach nur lieben, weil man kann ihm nie absprechen, dass er nicht alles gibt. Das kann man wirklich nie sagen. Klar gab es da auch Aktionen, wo ich dachte, zum Haare raufen. Aber auch in dieser Saison wieder, wo er dann Fehlpässe spielt. Das darf ihm einfach nicht passieren. Aber dieses Zweikampfverhalten, das ist natürlich unnachahmlich. Und da denkt man sich jetzt, ey, genau so eine Spieler sind doch das, womit man sich identifizieren kann. So eine Spieler will man doch. Der kann sich anscheinend mit dem Verein identifizieren. Überlegt mal, wie oft der schon abgeschrieben war. Der wurde ja damals, der hat ja nicht mal Bobic gehalten, falsch gesagt. Der ist ja von Preetz noch verpflichtet worden. Und wie oft war der schon abgeschrieben unter den verschiedensten Trainern? Ob es ein Sandro Schwarz war. Bei etlichen Trainern in der Vorbereitung hieß es dann immer schon, wollen wir eigentlich abgeben. Aber der hat dann so gut trainiert, dass die Trainer ihm trotzdem immer wieder eine Chance gegeben haben. Und das hat gerade in der Bundesliga häufig dann mit dem Ball am Fuß nicht gereicht. Aber jeder hat immer gesagt, ey, ein Spieler, der sich so reinwirft im Training, dem muss ich einfach die Chancen geben. Und das ist natürlich traurig, dass er geht. Aber wir dürfen es nicht vergessen. Das Gehalt von ihm wurde mal geschätzt in der ersten Liga auf 1,5 Millionen Euro. Das ist beim Fußballer sowieso Quatsch, das immer so fix zu sagen, weil da spielen so viele Sachen mit rein. Punktprämien, wenn du im Kader bist, bist du nicht im Kader, spielst du, spielst du von Anfang an, wie viele Punkte holt deine Mannschaft. Das ist ja extrem variabel, das Gehalt. Da gibt es ja sehr, sehr viele Boni-Zahlungen, die immer mit inbegriffen sind. Meistens wird dann beim Gehalt direkt vom Best Case, sage ich mal, ausgegangen. Aber trotzdem. Er ist geschätzt so für 1,5 Millionen gekommen, soll auch nach dieser Reduktion von 40 Prozent immer noch so rund eine Million verdienen. jetzt in der zweiten Liga. Und klar, er sagt jetzt, er wäre gerne hier geblieben. Laut Kurier hätte er auch auf Gehalt verzichtet. Die Frage ist, auf wie viel? Wir kommen später nochmal dazu. Hertha sucht jetzt nach Spielern, die gegebenenfalls 300.000 Euro verdienen. Ist er bereit? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Wenn Hertha sagen würde, komm, dich möchten wir haben, aber wir sind uns nicht sicher, ob du eben Stammspieler bist, weil wir ja auch noch nicht wissen, wo die spielerische Entwicklung im nächsten Jahr hingehen soll. Also wir Fans wissen es nicht, Hertha weiß es vielleicht schon oder hoffentlich schon. Wenn du gegebenenfalls Ergänzungsspieler bist für genau solche Spiele, wie wir sie jetzt erlebt haben, dann kann er vielleicht 300.000 verdienen. Und das ist natürlich auch für ihn dann ein enormer Gehaltsverlust, wenn du mal überlegst, er hat vor ein paar Jahren noch 1,5 Millionen verdient. Und dann wird er wahrscheinlich auch andere Vereine finden, die da noch ein bisschen mehr ihm zahlen werden. Also ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass Hertha hier sagt, ja, wir brauchen dich einfach nicht, wir haben keine Verwendung für dich, sondern das ist ja nicht einfach. Du musst ja so einen Kader gestalten und kannst ja nicht sagen, ja, der gibt zwar alles und so weiter, aber bringt der uns spielerisch auf dieses Niveau, was wir vielleicht nächstes Jahr dann auch mal erreichen wollen, weil da müssen wir uns ja weiterentwickeln. Und wenn wir uns spielerisch weiterentwickeln wollen, dann sehe ich es nicht. Ich sehe ihn schon als immer mal wieder einen guten Typen, den du überall halt einen reinbringen kannst, ob auf der 6- oder auch mal auf der Außenverteidigerposition. Aber eher eben alternativ, als Ergänzung für gewisse Spiele, nicht als absolut immer gesetzter Stammspieler. Und ja, dann muss er sich halt dem Gehaltsgefüge anpassen. Wir wollen ja auch das Gehalt weiter runterkriegen von den Top-Verdienern. Wir wollen ja auch, dass eben nicht Leistungsträger, die Jugendspieler sind, sagen wir mal jetzt Clemens oder so, dann die ganze Zeit durchspielen und deutlich weniger verdienen noch als Spieler, die auf der Bank sitzen. Ja, das muss man halt alles mit berücksichtigen. Und ich glaube, dass diese Entscheidung schon auch ein bisschen darauf hindeutet, dass man im nächsten Jahr mehr aufs Fußballerische gehen will. Also natürlich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Wer hat das eins gesagt? Richtig. Es ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich finde ihn unkonventionell und das liebe ich an ihm. Ich finde, da könnten sich viele Spieler mal von dieser Moral echt eine Scheibe abschneiden. Aber ich kann es aufgrund dieser ganzen Konstellation dennoch verstehen, dass man dann eben nicht verlängert, auch wenn es jetzt nach so einem Spiel natürlich umso mehr weh tut. Aber ja, ich kann es schon nachvollziehen und sage jetzt nicht, das ist völlig falsch, zumal wir ja da wahrscheinlich neben Julian Eitschberger sogar noch andere Spieler holen werden. Und ihr habt es ja auch mal mitbekommen, also ein Jugendspieler, selbst wenn er dann einen Profivertrag unterschrieben hat, der verdient halt einfach deutlich weniger. Und wir müssen halt jeden Stein umdrehen und können da nicht immer nur danach gehen, was sind Sympathien von uns, hat der in gewissen Spielen uns mal geholfen, sondern da musst du wirklich den langfristigen Blick halt drauf haben. Trotzdem ist es natürlich schade. Also mir tut es auch weh. Eigentlich habe ich mir noch ein Seevolk-Trikot gesichert. Ich finde es schade. Man muss auch sagen, das stand auch so in dem Artikel, das stimmt auch, er hatte eigentlich wirklich so seine beste Zeit unter Pal Dardai. Der hat immer auf ihn vertraut. Der mag ja auch solche Spielertypen. Er hat ihm immer das Vertrauen gegeben. Er hat ja auch damals dieses tolle Tor gegen Leverkusen geschossen. War glaube ich auch unter Pal Dardai. Ich glaube, da haben wir 3-0 zu Hause gewonnen, falls ihr euch noch daran erinnert. Er meinte Pal damals so, ja, so eine Tore macht er im Training öfter. Und auch jetzt hatte man wieder das Gefühl, während alle anderen Trainer mit ihm, ja, für ihn nicht so die Verwendung hatten, dass er unter Pal schon so seine beste Zeit hatte. Ja, ist aber noch unter anderen Umständen gekommen. Und auch damals, ja, war es zu teuer. Das muss man auch klar sagen für die Fähigkeiten. Also klar ist es nicht einfach, so ein Mentalitätsmonster zu kriegen. Aber teuer sind ja häufig Spieler mit, ja, starken spielerischen Fähigkeiten. Die sind dann immer ein bisschen teurer als die, die so diese kämpferischen Aspekte ausschließlich mit reinbringen und bei der Technik eher Probleme haben. Die sind dann auch teilweise günstiger zu bekommen. Ja, lange drum geredet, aber ich finde, da muss man auch lange drüber reden, weil es ja mein Lieblingsspieler ist und sicherlich einige, wie ich es gemerkt habe von euch, ihn mittlerweile auch unfassbar lieb gewonnen haben. Jetzt kommen wir mal zu dem Nächsten. Die BILD hatte ja gestern berichtet Enzo Leopold. Und dann kamen ja Gerüchte auf im Foren mit beispielsweise, ja, könnte das vielleicht mit Thomas Stamm zusammenhängen, dem SC Freiburg 2-Trainer, der letztes Jahr ja so unfassbar erfolgreich war in der dritten Liga, dann aber ganz, ganz viele Leistungsträger eben abgeben musste und jetzt im Abstiegskampf steckt, der den Verein verlassen wird und der ja als ein großes Trainertalent gilt, der auch den nächsten Schritt machen will. Da gab es ja dann so in den Foren die Gerüchte, ja, vielleicht kommt Thomas Stamm zu Hertha, der kennt ja noch Enzo Leopold aus Freiburger Zeiten. Ich glaube, der war ja sogar unter ihm Kapitän, hatte gestern Mopilein reingeschrieben, Grüße gehen raus. Also da kamen dann so die Gerüchte auf, aber ich fand es auch nicht komplett unrealistisch, auch was die Ablösesumme angeht, weil wir haben ja letztes Jahr auch einen Karbovnik verpflichtet und wir wissen ja noch gar nicht, wer geht, was wir nicht wollen, ja. Aber stellt euch mal vor, auf einmal geht ein Ibo-Mase an Boris Lumm oder, Gott bewahre Fabi Rehse, ja, dann wird man natürlich auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich hatte aber schon ein bisschen so die Vermutung, da habe ich ja gestern auch im Stream gesagt, dass dieses Gerücht um Enzo Leopold nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern dass Hertha sich halt um ihn bemüht hat, bevor er verlängert hat. Und jetzt nach der Verlängerung, dass sich so ein bisschen, ja, erledigt hat quasi. Heute hat auch Herr Mann von Hannover nochmal gesagt, wir verlängern nicht mit ihm, um ihn drei Monate später zu verkaufen. Hat also einen Riegel vorgeschoben, wie beim Snackautomaten und, ja, hat quasi gesagt, das spielt gar keine Rolle. Natürlich, jeder Klub wird irgendwann schwach. Man hat es auch bei einem Derek Köhn bei ihnen gesehen und er hat ja jetzt auch nicht bis 2028 verlängert, Enzo Leopold, sondern bis 2026. Aber ich glaube, da wird man sich dann erstmal nach ablösefreien Spielern umsehen und so sieht man, wie die Gerüchte dann immer so kommen. Ich glaube nicht, dass die komplett aus der Luft gegriffen sind, aber die kommen und am nächsten Tag sagt die Bild selber, dass es sich eigentlich erledigt hat. Deswegen immer vorsichtig damit umgehen mit den Gerüchten, aber es macht ja trotzdem Spaß, darüber zu diskutieren. Und heute schreibt die Bild-Zeitung, es wird über 20 Transferbewegungen geben. Ich hatte ja gestern im Stream, hatten wir uns ja die Kaderplanung von Thiele von Kickoff angeguckt für Hertha, da hatte ich so gesagt, also ich schätze schon, dass es mehr als 10 Transferbewegungen geben wird. 20 wäre schon sehr krass, da kommst du ja dann nah dran an die 30 Transferbewegungen, die wir letzten Sommer nach dem Abstieg hatten. Und Einnahme wird da drin genannt. Es gibt eine Interessentenliste, man arbeitet mit Berateragenturen dabei, man will unbedingt Spieler verpflichten, die möglichst ablösefrei sind und nicht mehr als 300.000 verdienen. Das auch nur mal so zum Gehaltsgefüge, wenn das denn so stimmt, was eben noch ein Seevoll-Candy-Kämpf und so verdient und Maulida. Und da wurde einer meiner Wunschvorschläge, spielerischer Natur, barisch-artig sogar genannt. Da wäre ich ja mal sehr gespannt, ob das wirklich realisierbar ist, fußballerisch natürlich ein Ausnahmekönner. Das hat er in seiner Zeit bei Magdeburg jetzt absolut unter Beweis gestellt. Ist eigentlich spät in seiner Karriere so richtig angekommen, aber natürlich auch unter der Leitung seines Trainers, Christian Tietz. Die verstehen sich wirklich blendend. Und jetzt gibt es wirklich das Gerücht um ihn. Wie ernst man das nehmen kann, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass er sich in Magdeburg wohlfühlt. Aber wenn ein Angebot kommt, was stimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er eben trotzdem auch den Verein nochmal verlassen könnte. Hat ja auch viele Wechsel in seiner Karriere hinter sich. Entschuldigung, bitte. Das letzte Mal verlängert hat er am 28.03.2023. Vertragslaufzeit unbekannt. Geschätzter Marktwert eine Million nur, in Anführungsstrichen, weil er eben schon 29 Jahre alt ist. Wie gesagt, in meinem Vorschlagsvideo habe ich ja ausführlich über ihn gesprochen. 26 Spiele, vier Tore, neun Vorlagen. Würde ich auch nicht komplett ausschließen. Außerdem ist Magdeburg ja auch noch im Abstiegskampf. Wer weiß, was da noch passiert. Also, dass man ihn fußballerisch erstmal auf der Liste haben muss, ist, glaube ich, völlig klar. Ob da jetzt wirklich was entsteht, das werden wir sehen. Ich könnte mir da auch sehr, sehr krass, ehrlicherweise, weil er ja so sehr dynamisch in seinem Positionsspiel ist, diese Kombination von, das wäre schon ein Dreieck, muss ich mal sagen. Fabian Rehse, Baris Atik und Ibo Maser, rein spielerisch. Wenn man da noch krasse Abläufe reinkriegt, also das wäre ja der Wahnsinn. Ich hatte ja immer so ein bisschen den Zweifel gezogen, ist er nicht vielleicht menschlich ein schwieriger Typ als Charakter. Wir hatten uns ja jetzt das Interview von Kevin from The Block mit Baris Atik angeguckt. Dazu gibt es die Reaction auch auf meinem Zweitkanal. Könnt ihr euch gerne ansehen. Da macht er einen wirklich sehr, sehr reflektierten und sympathischen Eindruck, als ob er da auch im Prozess durchlaufen ist durch seine Vereinslosigkeit etc. und jetzt wirklich gereift ist. Ich glaube weiterhin, dass er ein Spieler ist, das sieht man ja auch auf dem Platz, der dich ganz schön anmeckert, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie er es möchte. Und als Gegner hast du ihn natürlich auch auf dem Platz. Aber fußballerisch brauchen wir uns nichts vormachen, wäre das auf jeden Fall eine absolute Bereicherung. Vor allem in dieser eben benannten Kombination, dass man sich um so einen Spieler erstmal bemüht oder ihn auf der Liste hat. Alles andere würde mich ja wundern, wenn man ihn von seinen fußballerischen Fähigkeiten nicht auf der Liste hat. Wäre sehr, sehr interessant. Wie gesagt, guckt euch gerne die Reaction an, hat eine interessante Karriere vollzogen, damals ja auch unter Nagelsmann gespielt, dann schwierige Zeiten gehabt und dann in Magdeburg so seinen Hafen gefunden, wo man ja auch, da wäre ja fast mit denen in die vierte Liga abgestiegen, dann sind sie in die dritte aufgestiegen, dann in die zweite Liga aufgestiegen und ja, jetzt sind sie wieder im Abstiegskampf, aber halten sich zumindest im zweiten Jahr auch in der zweiten Liga und spielen ja auch einen super Fußball, wo er einen großen Anteil dran hat. Liga-übergreifend, wettbewerbsübergreifend hat er barisch-artig 112 Spiele gemacht, 41 Tore, 48 Vorlagen. Ja, aber jetzt nicht heißer kochen, als es ist das Gerücht. Es werden jetzt noch unfassbar viele Gerüchte aufkommen, bin ich mir sicher. Wir wissen ja auch, in den letzten Jahren war die Bild auch nicht immer so perfekt informiert, was Neuzugänger angeht, um es mal gelindet zu sagen. Das war früher deutlich anders. Jetzt war es teilweise so, dass Spieler transferiert wurden und dann wussten sie es erst, als er dann eben schon auf der Geschäftsstelle war oder manchmal eben auch bei der Vorstellung, da ist gar nichts mehr durchgesickert, was ja gut ist, dass es nicht so viele offene Stellen bei Hertha gibt, wo immer einer quatscht mit den Medien, um wieder Informationen preiszugeben. Das schadet ja unserer Hertha nur. Aber für uns ist es natürlich umso interessanter, egal wie viel an Gerüchten dran ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es hat immer diesen FIFA-Aspekt und dann macht man sich die Vorstellung, wie könnte unsere Hertha nächstes Jahr auflaufen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was diesen Sommer passiert. Ich muss aber auch sagen, ich vertraue da auch auf Benni Weber und sein Team. Ich werde auch mal nach der Saison auf jeden Fall nochmal so ein Video machen. Jetzt hat er ja zwei Transferphasen. Wie ich denn die Transferphasen empfunden habe mit den einzelnen Spielern, die er verpflichtet hat. Vor allem bei diesen vielen Transferbewegungen waren natürlich auch einige Spieler dabei, die jetzt überhaupt nicht für uns performt haben, muss man auch klar so sagen. Aber ich vertraue da auf Benni Weber und sein Team mit Timon Paul. Zecke ist ja auch noch dabei. Wir haben viele Jugendspieler. Für mich wird es vor allem wichtig sein, versuchen, die Leistungsträger zu halten. Und für mich ganz, ganz essentiell, dass wir schnellstmöglich mit den jungen Talenten, die jetzt schon Stammspieler sind, verlängern. Meinetwegen schreibt da eine Ausstiegsklausel rein. Und ich weiß, es ist teuer für Hertha. Du musst dann wieder mehr Gehalt bezahlen. Aber bindet die. Das wird sich langfristig auszahlen. Erst recht, wenn wir in die Bundesliga kommen. Ich rede von beispielsweise dem Tiag Ernst, dessen Vertrag 2026 ausläuft. Ich rede von einem Passi Clemens, dessen Vertrag 2026 ausläuft. Es wäre ja schön, wenn die jetzt bleiben bei uns. Nächstes Jahr haben sie dann nur noch ein Jahr Vertrag. Da kannst du dann auch nicht mehr die höchsten Ablösesummen generieren. Deswegen kommt natürlich auch wieder darauf, alles steht ja auch dann mit der Trainerentscheidung, wenn Hertha verkündet, wer nächstes Jahr Trainer ist. Aber da sollte man sich, finde ich, schnell dran machen. Am besten auch noch mit Ibo Masa verlängern, auch wenn ich da ein bisschen die Angst natürlich habe, dass er geht. Und vielleicht ist das sogar mal ein Video wert. Wir haben ja auch noch ein paar andere Spieler, dessen Verträge nächstes Jahr auslaufen. Zum Beispiel Martin Dardai 2025. Ich glaube, Gächter auch 2025. Da musst du ja jetzt im Sommer auch überlegen. Eigentlich musst du, wenn du auf die setzt, verlängern oder sie im Sommer verkaufen, auch wenn ich es nicht will. Weil sonst gehen sie nächstes Jahr ablösefrei. Was diese vielen ablösefreien Verluste angeht, ist ja auch Gladbach ein gutes Beispiel. Das ist nicht so einfach zu kompensieren, weil du brauchst dann neue Spieler, hast aber keine Ablösesummen generiert. Also da stehen viele Entscheidungen an. Vielleicht mache ich da mal ein Video zu. Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall interessante Zeiten. So macht mir das immer sehr, sehr viel Spaß, mit euch stammtischmäßig so ein bisschen drüber zu philosophieren. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns heute Abend auf YouTube auf Nive. Wir sehen uns morgen auf Twitch um 21 Uhr. Seid mir nicht böse, wenn ich manchmal bei Twitch ein bisschen zu spät bin. Aber ich habe einfach unfassbar viel beruflich zu tun jetzt. Ich muss auch wirklich mal ein bisschen ranhasseln und habe zu wenig Fokus darauf gelegt. Und ich habe auch privat viel zu tun. Deswegen kann ich nicht immer perfekt die Zeiten einhalten, wie vielleicht ein Fulltime-Streamer. Aber wenn ich sage, ich streame, dann streame ich ja auch. Kann halt nur manchmal ein bisschen später werden. In diesem Sinne jetzt eine schöne Woche für euch. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Pollenallergie wie ich. Hau he und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Untertitelung des ZDF für funk, 2017